Didi, machen wir es kurz und schnell. In zwei Tagen geht es wieder weiter. Sturm Graz, eine ganz wichtige Partie für Rabitnik, gehe ich davon aus. Kannst du dir einen kurzen Ausblick geben? Wichtig sind alle Spiele im Play-Off, das wissen wir ganz genau. Natürlich ist es so, dass wir da eine gute Leistung brauchen. Der Sturm hat jetzt einen Trainerwechsel vernommen. Wir müssen schon schauen, dass wir da eine gute Performance am Platz bringen. Wir schauen ungern zurück. Hat diese Niederlage in der Höhe auch etwas Gutes für die Mannschaft? Ich denke, so eine hohe Niederlage ist nicht angenehm. Mit gestern haben wir es abgehakt. Es wäre schlecht, wenn wir über so etwas diskutieren. Es war zu hoch, aber Fakt ist, dass es passiert ist. Wir müssen nach vorne schauen und die Jungs haben es gut angenommen. Wir schauen auf das Spiel jetzt gegen den Sturm, weil das ist weit wichtiger. Die Jungs, du sprichst das an. Die Bilanz davor war ja eigentlich, kann man ruhig sagen, überragend. Mit 14 Spielen mit nur einer Niederlage. Ist das etwas, was du jetzt mitnimmst als Trainer oder der Mannschaft mitgibst, dass sie an ihre eigene Stärke glauben? Das wäre schlimm, wenn wir jetzt alles verteufeln würden. Ich denke mal, wir dürfen diese Spiele, die der Vorwahl nicht vergessen und auch die Saison, die wir bisher gespielt haben. Aber natürlich, im Endeffekt steht immer das Endprodukt und da müssen wir schauen, dass wir dranbleiben. Sturm gegen Rapid ist immer so ein Traditionsduell, sagt man. Zwei Vereine mit ganz, ganz großer Wertschätzung im ganzen Land. Ein besonderes Duell? Ja, Sturm ist ähnlich aufgebaut wie Rapid. Das haben wir auch einen guten Anhang, muss man sagen. Ich meine, in dem, was jetzt leider auch nicht dabei sein kann. Aber ich denke, das ist jetzt wurscht, was wer macht. Sondern es ist entscheidend, wie wir performen und wie Sturm das macht. Und wir fahren dorthin, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Beim letzten Duell, auch schon Geisterspiel. In Wien waren die Kräfteverhältnisse sehr, sehr eindeutig verteilt. Zu unseren Gunsten, Gott sei Dank. Was spricht dafür, dass das am Sonntag auch so sein wird? Ja, man muss schon dazu sagen, es war schon, vom Resultat, im Ende war es für uns sehr, sehr gut und haben das Spiel auch gut bestritten. Also wir haben wenig zugelassen und ich denke, dass wir trotzdem noch immer fokussiert sind, weil wir unser Ziel erreichen wollen. Sprich, dass wir da wieder Punkte mitnehmen. Aber es muss halt jeder auf seinem obersten Niveau spielen. Und das ist halt da, wie bei jedem Spiel, entscheidend. Deinen Trainerwechsel hast du angesprochen. Ein neuer Mann auf der Bank. Erstens sagt er dir was, kennst du den? Hast du mit ihm zusammengearbeitet? Und wie kann das die Voraussetzungen für das Match verändern? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich kenne den Thomas Höserle jetzt nicht. Und ich glaube, Fußball spielen dann schon die anderen Spieler. Es ist so, dass wenn etwas passieren würde, würde man sagen, ein Träneffekt. Und es ist einfach so, wir müssen auf uns schauen. Und was Sturm macht, das liegt in einer Hand. Es entscheidend wird sein, dass wir am Platz eben ab 19.30 Uhr diese zwei Stunden, dass wir da wirklich geistig wie körperlich absolut anwesend sind. Wie sehr ist im Kopf, dass man jetzt eine riesen Chance hat bei dem Spiel? Vorausgesetzt die Ergebnisse davor sind dementsprechend. Ganz sich fixieren kann oder fixieren könnte den Platz drei oder zwei? Wir denken nicht an das. Also wir denken ausschließlich jetzt an Sturm Graz. Was die anderen tun, können wir nicht beeinflussen. Wir müssen auf unsere persönliche Leistung schauen und das wird entscheidender sein. Gibt es uns noch ein Wort zu der verletzten Liste unter Anführungszeichen? Wir wissen das lange. Aber du hast schon angedeutet, der Kelvin Rase hat wieder mittrainiert. Gibt es da Neuerungen? Taxifund, dass er gesperrt ist? Das wissen wir leider. Ja, leider ist er gesperrt. Und es ist so, dass der Kelvin schaut eigentlich ganz gut. Ich denke mal, dass sich das Lazarett lichtet. Ich meine, das ist jetzt fast schon sarkastisch oder das ist nicht mehr lustig, weil einfach die Situation bei uns noch immer angespannt ist. Aber es ist so, wir nehmen das an und wir werden trotzdem eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen bzw. eine sehr gute Bank noch haben.